Willkommen zu meinem Podcast, Romane und mehr, geschrieben, gelesen, gelebt. Das ist jetzt noch keine echte Episode. Dies ist eine Vorstellung des Podcasts. Was kannst du hier erwarten? Zum einen werde ich hier meine Romane als Podcast lesen. Das mache ich jetzt nicht einfach, um sie im Audioformat zu präsentieren. Dann könnte ich auch Audiobücher sprechen und die online stellen. Nein, den Podcast habe ich jetzt gewählt, weil ich den Dialog suche, den Austausch, die Konversation über meine Romane, über das Schreiben, über Literatur, Gott oder die Welt. Es kommt auf dich an, du kannst die Fragen stellen, wie du magst. Jeder Roman wird dann eine Staffel sein, so ähnlich wie man das so von Netflix kennt. Und zwischen den Staffeln, zwischen den Romanen werde ich dann all diese Fragen beantworten. Anonym oder mit Vornamen, wie du magst. Der Podcast wird auch immer die Musik vom Kölner Ambientmusiker Max Würden präsentieren und vielleicht ein bisschen was noch zu mir. Mein Name ist Thorsten Nesch. Radioerfahrung habe ich gemacht bei Radio NRW in Nordrhein-Westfalen und in Calgary in Kanada bei CJSW. Da hatte ich eine eigene Sendung. Ich bin geboren in Solingen und habe lange Zeit in Leverkusen gewohnt. Ich habe aber auch in Viktoria gewohnt, an der Westküste Kanadas, in Calgary. Und seit 2014 leben wir in Lethbridge. Also dieser Podcast kommt aus Lethbridge. Und wenn es also Hintergrund vielleicht mal knuspert, dann ist das der Schnee. Und das ist jetzt auch kein Spaß. Also die Häuser sind aus Holz, die Fenster sind dünn und das kann durchaus mal sein. Ich weiß nicht, ob ich das drin lasse. Ich versuche nicht. Ich habe mir so eine kleine Sprecherkabine gebaut. Fotos könnt ihr dann wahrscheinlich auch irgendwo sehen, wen das interessiert. Ich bin Geschichtenerzähler, Romanautor, veröffentlicht traditionell in Deutschland bei Rowold Verlag, Mixed Vision Verlag und im Satyr Verlag in Berlin. Und nicht nur das, ich arbeite auch multimedial. Zum Beispiel habe ich auch Filme gemacht. Eine Radio-Doku ist auch im WDR gelaufen, auf dem WDR-Radio. Und mein Hobby ist Singer-Songwriting. Hat also auch mit Geschichtenerzählen zu tun. Im Prinzip mache ich alles im Geschichtenerzählen außer Pantomime. Das würde auch jetzt beim Podcast überhaupt gar keinen Sinn machen. Also bleiben wir beim Roman als erstes, weil wir kennen uns eigentlich noch nicht. Ihr habt mir noch keine Fragen gestellt. Deswegen lege ich einen vor sozusagen und werde bald die erste Staffel beginnen. Und das wird sein der Roman Joyride Ost. Joyride Ost war mein erster traditionell verlegter Roman, ein Jugendbuch-Roman. Er war nominiert als bestes deutschsprachiges Debüt, hat auch den Hans im Glück Preis gewonnen. Die Filmrechte hatte ich verkauft und er ist erschienen im Rowold Verlag. Mit anderen Worten, dieser Podcast ist, was wir daraus machen. Ich versuche mein Bestes und ich bin total neugierig auf eure Fragen. Warum denke ich, dass mir jemand Fragen stellen könnte, ist, ich habe ungefähr 1500 Lesungen gemacht an Schulen, Universität, Festivals, Buchmessen etc. zwischen Dänemark und Österreich. Und ich wurde oft dann gefragt, ob ich das nicht formal auch einspreche, eben in diesem Format sozusagen. Und deswegen beginne ich diesen Podcast. Roman nun mehr, geschrieben, gelesen, gelebt.